Eine von zehn Frauen leidet an Endometriose. Das sind weltweit 176 Millionen betroffene Frauen. Allein in Deutschland kommen jedes Jahr etwa 30.000 Neuerkrankungen hinzu. Bei Endometriose setzt sich Gebärmutterschleimhaut, die sonst nur in der Gebärmutter vorkommt, an den Eierstöcken, dem Eileiter, der Blase oder auch dem Darm fest. Die Folge sind Schmerzen und starke Blutungen. Christine leidet seit ihrer ersten Periode an Endometriose. Neunmal hat sie sich bereits operieren lassen. Mit mir spricht sie über schmerzbedingte Ohnmachtsanfälle, Existenzängste und ihren unerfüllten Kinderwunsch. Christine, wie beeinflusst die Erkrankung dein Leben? Das beeinflusst das ganze Leben immer eigentlich. Vor meiner letzten OP war es natürlich so, dass ich drei von vier Wochen im Monat mit meiner Periode beschäftigt war. Das heißt, ab einer Woche vorher gingen die Schmerzen los. Symptome wie Schwindel, Kreislaufprobleme, Übelkeit, Schmerzen, Durchfall, Schmerzen beim Wasserlassen und so weiter und so fort. Das hat sich dann bis zur Periode gesteigert, wo es dann seinen Höhepunkt genommen hat und ging dann eben auch bis eine Woche nach der Periode noch her. Also ich hatte immer so eine Woche ungefähr, in der es mir einigermaßen gut ging. Wie wirkt sich die Krankheit auf deine Psyche aus? Schwierige Frage. Also gerade am Anfang, also ich habe meine Tage bekommen, als ich elf Jahre alt war, habe dann lange die Pille genommen, was auch funktioniert hat und ich glaube so ab 21 ist das Ganze dann eskaliert. Und wenn man natürlich von Ärzten immer hört oder Sachen hört wie, das ist alles nur in ihrem Kopf, sie sind eine Frau, sie kriegen ihre Tage nun mal, stellen sie sich nicht so an, sie haben nichts, dann schlägt das schon auf die Psyche. Ja, natürlich, klar. Und diese Schmerzen machen einem auch Angst. Das heißt, ich hatte auch durchaus Zeiten, in denen ich Panikattacken hatte, in denen ich auch einfach nicht mehr weiter wusste, weil man nicht mehr weiß, wo man hingehen soll. Inwiefern wirkt sich die Erkrankung auf das Wasserlassen und auch auf den Stuhlgang aus? Wasserlassen ist auch bei mir momentan tagesformabhängig. Es gibt Tage, da ist es okay. Meistens ist es aber so, dass ich, also dass meine Blase wahnsinnig wehtut beim Wasserlassen. Also nicht wie so bei so einer Blasenentzündung, sondern eher wie so ein Blasenkrampf. Ich kann das nicht richtig beschreiben, gerade auch zum Ende hin. Man hat immer das, oder ich habe immer das Gefühl, dass die Blase sich nicht mehr richtig entleert und das einfach unheimlich lange dauert, bis sie dann leer ist. Und das einfach ja auch selbst noch eine halbe Stunde hinterher einfach wehtut, wie so ein Stechen, als würde jemand mit einem Messer in meiner Blase rumfuchteln oder ich hatte Rasierklingen in der Blase, ja. Und Stuhlgang war vor der OP während der Periode wahnsinnig schmerzhaft. Also ich hatte dann oft auch Durchfall und einfach Darmkrämpfe des Todes. Das tut einfach so weh, dass man manchmal heulend auf der Toilette sitzt. Wie sehr wirkt sich die Erkrankung auf deine Produktivität im Job aus? Früher war es so, also ich war lange Flugleiterin, da war das sehr, sehr schwierig, weil ich meinen kompletten Dienstplan auf meine Periode abgestimmt habe und mich ansonsten eben krankschreiben lassen musste, weil ich während meiner Periode einfach nicht arbeitsfähig war. Ich habe dann damit aufgehört und bin, hatte dann ab da oder habe ab da einen normalen Bürojob. Das funktioniert irgendwie, aber man ist natürlich nicht fit. Die Konzentrationsfähigkeit ist quasi nicht so wirklich vorhanden, wenn man die ganze Zeit Schmerzen hat oder auch teilweise starke Schmerzmittel nehmen muss, ist man einfach immer neben der Spur. Übelkeit dazu kommt, wenn ich meine Tage hatte, musste ich am Anfang auch alle zehn Minuten auf die Toilette. Das finden Arbeitskollegen eben auch komisch. Sorgst du dich um deinen Job, was deine Zukunft angeht? Natürlich. Man hat immer Angst, wenn man oft krank ist in der heutigen Zeit, dass man dadurch den Job verlieren kann. Klar, sicher. Trotzdem versuche ich da einigermaßen offen mit umzugehen. Ich bin jetzt gerade auch eine neue Stelle angefangen. Im Moment ist es noch so, dass ich das gut hinkriege, in Vollzeit auch, aber ich weiß natürlich nicht, wie lange das funktioniert noch. Wenn ich nochmal operiert werden muss, was wahrscheinlich der Fall sein wird, weiß ich nicht, ob ich das noch hinbekomme, Vollzeit zu arbeiten. Und das verursacht natürlich schon Existenzängste. Man hat immer Angst, was ist, wenn ich jetzt nochmal lange ausfalle? Macht mein Arbeitgeber das mit? Habe ich dann noch eine Stelle? Was mache ich, wenn das nicht mehr so ist und wenn ich das nicht mehr kann? Was passiert dann mit mir? Welchen Einfluss nimmt die Krankheit auf deine Beziehung? Du bist ja verheiratet. Und welchen Einfluss nimmt die Krankheit auch auf dein Sexualleben? Ich habe das Glück, dass mein Mann sehr verständnisvoll ist. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf das Sexualleben, gar keine Frage. Bevor meine Gebärmutter entfernt wurde, hatte ich schon ständig Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Was natürlich nicht schön ist, was nicht dafür sorgt, dass man unbedingt Lust darauf hat. Das heißt, man versucht das zu vermeiden irgendwann. Jetzt seit der OP habe ich das noch nicht wieder ausprobiert, weil ich mich einfach nicht traue, weil ich Angst habe, dass es immer noch wehtut und sich das auch so ein bisschen eingebrannt hat in meinen Kopf, diese Schmerzen. Und ich da auch einfach Angst vor habe. Bei deiner letzten Operation ist dir die Gebärmutter entfernt worden. Wie gehst du mit dem Wissen um, keine Kinder mehr bekommen zu können? Es war lange Zeit schwierig. Natürlich war das auch ein großes Thema zwischen mir und meinem Mann. Ich habe mir die Entscheidung natürlich nicht leicht gemacht. Aber dadurch, dass ich eben nochmal diese spezielle Form der Endometriose eben in der Gebärmutter hatte, das Ganze nennt sich Adenomyose, da sitzen die Endometrioseherde in der Gebärmuttermuskulatur. Und auf mich wurde nach der vorletzten OP einfach so viel Druck ausgeübt, dass ich jetzt, jetzt, jetzt sofort schwanger werden muss. Es aber eben auf normalem Weg klar war, dass das nicht geht, weil meine Eileiter eben durch die ganzen OPs oder auch durch die Endometriose nicht mehr durchlässig waren. Ich bin dann auch mit meinem Mann in ein Kinderwunschzentrum gegangen. Die Ärztin hat sich dort eben angeschaut. Das hat mir aber auch ganz ehrlich gesagt, dass das eben einfach sehr schwierig wird. Einfach, weil ich auch schon über 30 bin. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 36. Und da ich eben diese Adenomyose habe und sie hätte eben nur eine Stelle gesehen, an die sie das Ganze hätte setzen können. Und die Chance wäre einfach sehr gering gewesen. Zusätzlich hat sie mir gesagt, dass diese ganze Hormonbehandlung, die man dann eben über sich ergehen lassen muss, das Ganze oder die Endometriose noch hätte anfeuern können und das Ganze hätte noch schlimmer werden können. Und das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich nicht und das ist auch okay so. Es gibt natürlich Tage, da ist das schwieriger, weil, ja, man natürlich gerne eine Familie hätte, aber es ist im Groben und Ganzen ist es mittlerweile okay für mich. Aber es gibt natürlich immer noch Tage, wo das sehr schwierig ist, ja, das eben anzunehmen auch, ja. Welche Auswirkungen hat denn der unerfüllte Kinderwunsch auf die Beziehung? Mittlerweile eigentlich keinen mehr. Wir haben uns einen Hund gekauft stattdessen. Mein Mann versteht das mittlerweile auch, warum ich mich eben dagegen entschieden habe, diese Prozedur über mich ergehen zu lassen. Aber klar denken wir natürlich oder ich auch oft drüber nach, so okay, wenn wir irgendwann mal alt sind, haben wir halt niemanden, der sich um uns kümmert, blöd gesagt. Oder ich werde halt nie mein eigenes Kind aufwachsen sehen. Aber es ist halt so. Also ich habe da auch in der Reha mit einer Therapeutin gesprochen und ja, ich musste mich damit halt auch auseinandersetzen. Aber es ist einfach, ja, es ist wie es ist, ich kann das nicht ändern und habe das jetzt mehr oder weniger angenommen. Es funktioniert an manchen Tagen gut und an manchen Tagen eben weniger gut. Im Fall von Christine hat es 15 Jahre gedauert, bis die Ärzte Endometriose diagnostiziert haben. Und genau das ist kein Einzelfall. Denn Endometriose wird häufig erst sehr spät erkannt. Vielen Ärzten scheint es an Sensibilität für das Thema Regelschmerzen zu fehlen. Betroffene werden häufig als Sonderfall mit einer besonders niedrigen Schmerzgrenze oder mit einem besonderen Hang zur Traumatik abgestempelt. Es wird Zeit, dass der Erkrankung Endometriose mehr Aufmerksamkeit zuteil wird. In der Öffentlichkeit, vor allem aber auch im Medizinstudium.